Konstantin Dukas Porphyrogenetos war von ca. 1074 bis 1078 und von 1081 bis 1087-88stel byzantinischer Mitkaiser. Herkunft Konstantin stammte aus der byzantinischen Adelsfamilie der Dukas, die zu den Ältesten des Reiches zählte und aus der zwei Kaiser des byzantinischen Reiches hervorgegangen waren, Konstantin X und Michael VII. Konstantins Vater, Michael VII. Dukas, Sohn des Kaisers Konstantin X, ist von 1071 bis 1078 Kaiser gewesen. Seine Mutter, Maria von Alanien, stammte aus dem Haus der armenischen Bagratiden und war eine Tochter von Bagrat IV, König von Georgien. Sie heiratete in zweiter Ehe den byzantinischen Kaiser Nikephoros Botaniates. Der Geschichtsschreiber Michael Psellos bezeugt in seiner Chronographia die Herkunft Konstantins. Er berichtet, dass er Konstantin, den Sohn des Kaisers Michael Dukas, als kleines Baby gesehen habe. Leben, Thronfolger und Mitkaiser. Konstantin Dukas wurde drei Jahre nach der Thronbesteigung seines Vaters in der Porphyra des großen Palastes in Konstantinopel, in der traditionell die kaiserlichen Kinder zur Welt kamen, geboren. Er trug daher ebenso wie sein Onkel Konstantius Dukas den Beinamen Porphyrogenetos. Er war der einzige Sohn seines Vaters und somit dessen designierter Nachfolger auf dem Thron und wurde bald nach seiner Geburt im Jahr 1074 zum Mitkaiser erhoben. Kurz nach seiner Geburt wurde Konstantin zum Objekt kaiserlicher Außenpolitik. Im Jahr 1074 verlobte man ihn mit Helena oder Olympias von Hauteville, der Tochter von Robert von Hauteville, genannt Geiskat. Dieser normannische Adelige hatte es im Jahr 1057 mit List und Gewalt vom Söldnerführer zum Grafen und 1059 sogar zum Herzog von Apulien und Kalabrien geschafft und war nach Kämpfen gegen Kaiser und Papst minus schließlich Lehnsmann des Papstes geworden. Er eroberte 1071 Bari, den letzten byzantinischen Stützpunkt in Italien und machte dadurch deutlich, dass er keine Bedenken hatte, sich auf einen Krieg mit Byzanz einzulassen. Indem er nun die Verlobung seiner Tochter mit dem Kronprinzen Konstantin durchsetzte, signalisierte er, dass seine Ambitionen über Italien hinausreichten und darauf gerichtet waren, selbst das geschwächte byzantinische Reich unter seine Kontrolle zu bringen. Konstantins Chancen auf eine Thronfolge wurden jedoch durch eine Reihe von Umständen geschmälert, die Regierung Michael Sieben war alles andere als populär. Nicht zuletzt wegen des Einflusses seines Erziehers, des gelehrten Michael Psellus, lagen seine Interessen vor allem auf geistigem Gebiet. Er umgab sich mit inkompetenten Höflingen und überließ die Verwaltung des Reiches ganz seinem Finanzminister Naiki Foritzes, der die Streitkräfte vernachlässigte und zur Deckung der steigenden Ausgaben des Hofes für Luxusgüter massive Steuererhöhungen verfügte. Das Getreide unter staatlichem Monopol mittels Verkleinerung der Menge auf das Maß überteuert verkauft wurde, trug dem Kaiser den wenig schmeichelhaften Beinamen Parapienakis ein. Die Wirtschaftspolitik war insbesondere für die militärische Schwäche des Reiches verantwortlich, die die Eroberung Kleinasiens durch die Türken beschleunigte. Die große Unzufriedenheit der Bevölkerung nutzten ambitionierte Generäle, sich selbst zum Kaiser ausrufen zu lassen. Schon im Jahr von Konstantins Geburt war sein Vater gezwungen, sich gegen den eigenen Onkel, den Kaiser Johannes Dukas zu wehren, der von rebellierenden normannischen Söldnertruppen zum Gegenkaiser erklärt worden war. Nur mit Hilfe türkischer Truppen konnte der Aufstand niedergeworfen und Johannes Dukas gefangen genommen werden. Als Gegenleistung für die Unterstützung musste Michael VII. die Eroberungen der Seltschukin in Anatolien anerkennen. In Konstantinopel stieß diese Entwicklung sowie die massive Geldentwertung im Lande auf Ablehnung. Es kam daher 1078 zum Auftritt weiterer Thronprätendenten. Naiki Foros Brainius ließ sich vom Balkan aus von seinen Truppen zum Kaiser ausrufen und Naiki Foros bot Anneiates Tatgleiches in Anatolien. Im Kampf zwischen den beiden Rivalen gaben neuerlich türkische Truppen den Ausschlag. Bot Anneiates, der sich schon am 7. Januar 1078 zum Kaiser hatte erklären lassen, versicherte sich der Unterstützung von Sulaiman Ibn Kudalmi es, dem Gründer des Sultanats der Rumseltschukin in Anatolien und konnte so am 24. März 1078 als erster Konstantinopel erreichen. Dort zwang er Michael VII. zur Abdankung dieser Kapitulierte nahezu kampflos und zog sich ins Studionkloster in Konstantinopel zurück. Noch am selben Tag ließ Bot Anneiates sich vom Patriarchen Kosmassi von Konstantinopel als Naiki Foros III. zum Kaiser des Byzantinischen Reiches Krün. Mit Hilfe seines Generals Alexius Komnenes konnte er Naiki Foros, Brainius und andere Rivalen besiegen, nicht jedoch die Seltschuken. Die weite Teile Kleinasiens eroberten Konstantin, wäre nach der Abdankung seines Vaters der natürliche Thronfolger gewesen. Da er aber erst vier Jahre alt war, hatte sich sein Vater entschieden, dem eigenen jüngeren Bruder Konstantius die Nachfolge zu übertragen. Dieser wurde so zum designierten Kaiser. Konstantin verlor damit auch seinen Rang als Mitkaiser. Konstantius aber musste sich dem Naiki Foros Bot Anneiates ergeben und wurde von diesem auf die Prinzeninseln verbannt und gezwungen, Mönch zu werden. Kaiserlicher Stiefsinn unter Naiki Foros III. Naiki Foros war dennoch bemüht, seine Macht durch eine eheliche Verbindung mit dem Hause Dukas zu legitimieren. Schon 1067 hatte er sich um Eudokia Macrembolitissa, die Witwe seines Großvaters des eben verstorbenen Kaisers Konstantin X. Bemüht, die sich jedoch mit dem General Romanus Diogenes vermählte, der 1068 als Romanus IV. Diogenes zum Kaiser gekrönt wurde und von 1068 bis 1071 D.K. Sekunden byzantinische Reich beherrschte. Nachdem ein weiterer Versuch einer Ehe mit Eudokia Macrembolitissa Minus nach dem Tod von Romanus IV. zum zweiten Mal Witwe geworden Minus gescheitert war, heiratete Naiki Foros 1078 die Mutter Konstantins, Maria von Alanien, im Widerspruch zu kanonischen Vorschriften, da ihr Ehemann, der abgedankte Kaiser Michael VII. Dukas, noch lebte. Vergeblich versuchte diese bei ihrer Eheschließung von Naiki Foros die Thronfolge ihres Sohnes zugesichert zu bekommen. Dieser designierte stattdessen seinen Neffen Naiki Foros in Adenosa als Nachfolger. Robert Geiskart, der mächtigste Fürst Süditaliens, sah seinen Plan, über seinen Schwiegersinn Konstantin Byzanz zu kontrollieren, in Gefahr. Er erklärte daher dem byzantinischen Reich unter dem Vorwand, die Rechte des Thronfolgers Konstantin gegen den Usopator Naiki Foros zu verteidigen. Den Krieg, für die Abwehr der drohenden Invasion der Normanen, ernannte Naiki Foros den General Alexios Komnenos, der sich schon bei der Unterdrückung der Aufstände ausgezeichnet hatte, zum Oberkommandierenden der Armee, doch Alexios, Neffe des Kaisers Isaki. Komnenos, trachtete selbst nach der Kaiserkrone. Die Widersacher von Naiki Foros, insbesondere die Fraktion des Hofadels, die die Familie Dukas unterstützte, sahen darin eine Chance, den ungeliebten Kaiser zu entmachten. Die Verschwörung zu dessen Sturz ging von zwei Damen aus, die ein gemeinsames Interesse, den Sturz Naiki Foros, aber gegensätzliche Ziele hatten. Die eine, Maria von Alanien, die Mutter Konstantins, war beteiligt, da sie ihrem Sohn die Nachfolge auf den Thron sichern wollte. In der Hoffnung auf seine Thronfolge hatte sie seinen Erzieher, den als Philosophen bekannten Theophylakt von Oid beauftragt. Für Konstantin einen Leitfaden, die Erziehung von Fürsten, zu verfassen. Als Belohnung wurde Theophylakt 1078 zum Erzbischof im kürzlich von den Bulgaren zurückeroberten Oid ernannt. Eine schwierige Aufgabe, die er mit so großem Erfolg meisterte, dass ihn die orthodoxen Kirchen von Griechenland, Serbien, Bulgarien und Russland als Heiligen verehren. Die treibende Kraft war hingegen Anna Dalassene, eine der bedeutendsten politischen Frauen der byzantinischen Geschichte, die jedoch danach trachtete, ihrem eigenen Sohn, dem General Alexius Komnenes die Nachfolge auf den Thron zu sichern. Bereits 1077 hatte sie begonnen, dies vorzubereiten. Sie erkannte rasch, dass hierfür die Unterstützung des Hauses der Dukai unumgänglich war, weshalb sie sich die Hilfe des Kaisers Johannes Dukas, des Großonkels von Konstantin, sicherte, der als Senior des Hauses agierte, indem sie 1077 die Verlobung und 1078 die Ehe zwischen dessen Enkelen, Irene Dukaina und ihrem Sohn Alexius Komnenos arrangierte, die Details der Intrige, die Anna Dalassene inszenierte, um Nike Voraus III. Um den Thron zu bringen, sind dem Geschichtswerk Alexiade der Anna Komnen zu entnehmen, die als Tochter des späteren Kaisers Alexius I. Komnenos bestens informiert war. Es gelang Anna Dalassene jedenfalls den Verdacht des Kaisers Nike Voraus III., bezüglich einer Verschwörung zu seinem Sturz so lange zu zerstreuen, bis ihre Söhne Isaac und Alexius Komnenos am 1. April 1081 mit ihren siegreichen Truppen in Konstantinopel einmarschierten, Kaiser Nike Voraus III., dem es Mangelsfreunden auch nicht gelang, seine früheren Gegner, wie den General Nike Voraus Melesnos oder die Seltschuken für seine Sache zu gewinnen, war gezwungen, abzudanken und ins Kloster zu gehen. Konstantin wurde dabei zwar von seinem Stiefvater befreit, kam aber dadurch der Kronen nicht viel näher. Da sich Alexius Komnenos am 4. April 1081 als Alexius I. Komnenos zum Kaiser des Byzantinischen Reiches krönen ließ, mit Kaiser und Kronprinz unter Alexius I. Aufgrund der engen Beziehung von Kaiser Alexius I. Zu Maria von Alanien, der Mutter Konstantins, wurde dieser von Alexius I. 1081 zum Mitkaiser und zum Erben des Reiches ernannt. Er durfte daher alle offiziellen Dokumente, die Alexius erließ, neben diesem unterschreiben und begleitete ihn bei offiziellen Anlässen. Der älteste Neffe des Kaisers, Johannes Komnenos, machte ihm allerdings die Position als präsumtiver Thronfolger streitig. Kurz nachdem die älteste Tochter des Kaisers, die purpurgeborene Anna Komnen, die spätere Geschichtsschreiberin am 2. Dezember 1083 geboren war, wurde sie mit Konstantin verlobt. Was seine Stellung als Kronprinz weiter unterstrich. Anna übersiedelte daraufhin als Kleinkind zu Konstantin und seiner Mutter in den Mangana-Palast. Viele Jahre später beschrieb Anna Komnen in der Alexiade ihren damals neunjährigen Verlobten als sehr schönes Kind. Zurücksetzung und Tod. Bald darauf ergab sich jedoch für Konstantin eine wesentliche Verschlechterung der Lage, die schließlich jede Hoffnung auf die Nachfolge auf den Thron seines Vaters und Großvaters zunichte machte. Im Jahr 1087 wurde Kaiser Alexius I. von seiner Frau Irene Dukaina, der Cousine Konstantins, der erste Sohn geboren. Wodurch sich für Alexius die Perspektive einer Dynastie seiner eigenen Nachkommen ergab, angesichts der neuen Lage brach Alexius I. die wohl mehr als freundschaftlichen Beziehungen zu Konstantins Mutter, Maria von Alanien ab. Entzog ihr den kaiserlichen Titel und veranlasste ihre Einweisung in ein Kloster, zugleich löste Alexius I. Die Verlobung seiner Tochter Anna Komnen mit Konstantin und entzog ihm 1088 den Status eines Mitkaisers. Im Jahr 1092 ernannte er seinen eigenen Sohn Carlo Johannes minus später Kaiser Johannes II. Komnenes minus zum Mitkaiser. Konstantin verlor dadurch zwar jede Chance auf die Thronfolge, fand sich jedoch damit ab, zog sich auf seine Güter bei Sears in Zentral-Makedonien. Griechenland zurück, blieb aber mit der kaiserlichen Familie in gutem Einvernehmen. Dies zeigt sich daran, dass er während des Feldzuges den Kaiser Alexius 1094 gegen den Serben Fürsten Wukan führte. Den Kaiser auf eigene Kosten verpflegte, auch widerstand er später der Versuchung, sich an einem Aufstand gegen Alexius zu beteiligen. Er verstarb auf seinen Gütern 1095-1997 als letzter der kaiserlichen Linie des Hauses Dukas. Familie Konstantin Dukas Porphyrogenetos war zweimal verlobt. Erste im August 1074 mit Olympia Helena von Hauteville getrennt 1078. Sie war eine Tochter von Robert Geiskat, Herzog von Apollin und Kalabrien aus dessen zweiter Ehe mit Sichelgeiter von Salerno. Zweite 1084 mit Anerkommenden Dukaina Porphyrogeneter Basilissa 1097 Kaisarissa, die große Geschichtsschreiberin. Die Verlobung wurde 1081 aufgehoben. Sie heiratete 1097 Nike Foros Brainyos, einen General, der 1096 Konstantinopel erfolgreich gegen die Angriffe des Kreuzfahrers Gottfried von Bujong verteidigte, Geschichtsschreiber und beachtlichen Staatsmann, der sich dem Wunsch seiner Frau verweigerte, die ihren Bruder Johannes II. Komnenes zu seinen Gunsten vom Thron vertreiben wollte. Sie war die älteste Tochter von Kaiser Alexius I. Komnenes und der Irene Dukaina Konstantin war hingegen nie verheiratet, hinterließ daher auch keine Nachkommenschaft.